Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Daggerfall. Wir haben noch ein bisschen was hier auf Tasche. Das wollen wir jetzt erstmal in der Bank auch noch einlagern, weil wir das vergessen haben. So, wie viel haben wir jetzt genau auf Tasche? 10.092. Und wo haben wir jetzt die nächste Bank? Wir haben ja die meiste ja schon verkauft, da oben noch, ok. Dann schauen wir noch mal was für eine Quest wir heute haben. Ich habe heute bedauerlicherweise nicht allzu viel Zeit, weil ja gerade noch eine Folge Bioshock aufgenommen von den neuen und jetzt noch mal eine kurze Folge hier von Daggerfall, weil ich um 9 Uhr gleich sogar direkt losfahren muss mit einem Freund zum Skifahren. Wurde ich hier eingeladen. So. 10.092. Alles rein. Dann müssen wir mal schauen. Halte Tür. So. Dann würde ich sagen, machen wir aber auch mal direkt wieder eine Mission für die Dunkle Bruderschaft. Dann wird morgen für mich oder heute Abend, das weiß ich noch nicht, ganz normal, ganz regulär wieder aufgenommen. So. Hier rum. Da ist es nun. Dann machen wir mal nochmal einen Auftragsmord oder sowas. Oder warte, haben wir eigentlich einen gerade offen? Nein, wir haben gerade keinen Auftragsmord gerade. Dann hier in GetQuest. So. A Renegade Mage, A Faithful Song. Ich würde sagen, vielleicht machen wir ja, wir machen erstmal ganz normal das. Very good, the traitor has taken refuge in the city of Hawking, the Hawking, to the west. If you have not returned in 7 days, your honor will be forfeit and take your place. Do not fail us in this max. Ja, machen wir uns mal dahin auf dem Weg. So. Die Citadel of Hawking? Hieß das doch? Und da müssen wir jetzt hin. Oh. Schöne kleine Burg. Dann machen wir hier ein Savegame auf die 4. Und dann gehen wir mal hier rein. Boah, das sieht jetzt schon interessant aus. Da. Weil ich hier schon so. Okay. Welche Tür nehmen wir? Wir haben hier eine, da, da und hier. Komm, wir nehmen. Ne. Okay. Und jetzt lädt es Ewigkeiten. Savegame auf die 2. Nur um sicher zu gehen. Und dann suchen wir uns mal hier jemanden. Okay. Okay. Das hat aber jetzt gedauert, bis wir den treffen. Uh, Gold. Und Rosen. Okay. Okay. Keine geheime Tür. Auch keine. Aber da gab es eine. Oder? Habe ich mich geirrt? Ne, ich habe mich geirrt. Ich habe das hier gesehen gehabt, nur von da drin irgendwie geglaubt. Wie ich mich dafür tun konnte. Keine Ahnung. So, da haben wir einen. So, alles mitnehmen. So will ich da sehen. Geht hier alles hier im Kreis. Okay. Wo geht es denn hier hin? Auch wieder im Kreis. Hier geht es nochmal runter. Geht hier hin? Oh. Ein Feuerhattung nach. Okay. Nein. Aua. Jetzt sind die hinter mir. Ja, okay. Wo geht es nochmal zurück? Ah, hier. Einmal kurz vielleicht. Hoppala. So. So. Äh. Removen. Alles mal. So. Warte mal. Wir haben hier. Das ist Steel. Okay. Schade. Dann machen wir hier nochmal ein Savegame auf die zwei. Für den Fall, dass wir jetzt drauf gehen sollten. Wenn ich wüsste, wo die jetzt sind. Autsch. Okay. Den haben wir erledigt. Okay. Den haben wir auch erledigt. Der hat nichts. Schnell ein Savegame. Falls wir jetzt nochmal drauf gehen sollten. Und dann resten wir hier mal. Das erste Mal seit Ewigkeiten, dass wir so wenig Leben haben. Oh. Level 6. Nice. Ähm. Ja. Wo gehen wir mal ein bisschen rein. Wir sind das hier eh auf 100. Das hier glaube ich auch. Hm. Vielleicht das hier. Weil das ist gegen Magie. Stärkt das uns. Wenn wir jetzt hier nochmal schauen. Genau das haben wir jetzt. Ja. Agility, Endurance, Speed und Strength. Das haben wir wegen der Wehrwollskraft auf 100. Okay. Hier geht es auch noch weiter. Aber hier fehlt noch jede Menge meine ich. Die Tür haben wir zum Beispiel noch nicht betreten. Hier die hier. Und hier geht es auch noch runter. Oh. Das ist aber ein weiter Weg. Hier ist nichts. Ein bisschen enttäuschend. So. Den haben wir. Okay. Wo sind wir? Da unten sind wir. Jetzt ist die Frage. Wo wären wir bei den... Oh. Okay. Den treff ich gar nicht. Ja. Jetzt. Komm. Alter. Das hat jetzt aber gedauert den zu treffen. So. Hier ist noch eine Treppe. Boah. Ein Eisennartronas. Ein Eisennartronas. Okay. Hier gibt es sehr viele Arthronasen. Hier kann ich nicht resten. Was ist mit hier? Hier kann ich. Okay. Wo bin ich? Oh. Alles klar. Das ist aber sehr, sehr verwirrend hier. Hier ist nichts. Ah. Den Traitor gefunden. So. Ähm. Jo. Nympfe. Alles klar. Kämpfen wir hier erstmal gegen eine nackte Frau. Fühle ich mich gar nicht gut. Aber. Ja. Ich finde das gehört sich eigentlich nicht. Wenn die, wenn die schon die Güte hat sich für uns so frei zu entlösen. Dann warum, warum tun wir der dann noch weh? Okay. Ah. Hier gibt es einen Geheimclub. Komm. Geh doch auf. Oh. Was haben wir hier? Nice. Hm. So. Hier runter waren wir noch gar nicht. Oder? Hier runter waren wir noch gar nicht. Da unten haben wir jetzt glaube ich über Umwege die Treppe nur noch nicht genommen. Okay. Okay. Wie kommen wir zu der Treppe? Ja. Okay. Indem wir. Hier einfach alles geradeaus. So. Dann müssten wir hier gleich eine Treppe nach unten finden. Ja. Hier haben wir sie. Oh. Okay. Hat nur im Kreis geführt. Und jetzt ist die Frage. Gibt es hier eine geheime Tür? Ja. Wir stehen sogar noch direkt davor. Ach krass. Hier haben wir noch eine Tür übersehen gehabt. Also nicht übersehen, sondern einfach nicht genutzt. Wenn wir hier. Ne. Doch nicht. Okay. Habe ich nichts gesagt. Wo geht es dann jetzt wieder zum Ausgang? Ich glaube hier erstmal geradeaus. Also hier durch. Das war jetzt aber auch ein schneller Langen. Das war jetzt wirklich ein schneller Langen. So. Und hier lang. Dann müssten wir hier hoch gehen können. Und dann können wir auch wieder gehen. Hier war ja noch eine Tür. Okay. Auf zurück nach Daggerfall. Daggerfall. So. Jo. Dann reisen wir mal rein. You are entering Daggerfall. Warte mal. Wie spät ist es? 7.10 Uhr. Und es ist Winter. Ich finde es aber schön, dass wir hier tagsüber ankommen. Beziehungsweise morgens. Und nicht nachts. Weil ich einfach so ein bisschen was auszutesten einfach mal einen zweiten Spielstand gestartet habe. Und ich hier dann auf jeden Fall in der Nacht mal angekommen bin. Und hier kommen andauernd irgendwelche Geister die Benjen schreien. Boah. Ich habe mich voll eingeschissen. Wirklich. So. Verschreckt. So. Wo die alle herkommen. Und wie viele das eigentlich auch sein können, werden können hier. Und die verfolgen einen sogar noch bis in den Tag hinein. Und dann sind wir da. Wo sind das hier schon? Da sind wir schon. Wir sind da. So. Hier mein Kollege. Well done. You have reason to be proud. Ich weiß. Können wir jetzt nochmal Sachen verkaufen gehen? Ich hoffe, dass wir jetzt eigentlich auch schon alle aufnahmen haben. Also Dala müssen. Hey. Wir müssen Dala. Was ist eigentlich jetzt mein Ruf hier? Immer noch undependable. Okay. Ja, man kann seinen Ruf hier auch nochmal deutlich verschlimmern. Auf jeden Fall. Das weiß ich. In dem anderen Testaccount, wo ich hier Sachen ausprobiere, teste und so, da ist es mir schon tatsächlich passiert, dass ich schon krimineller wurde. Ich werde da aber nur so als kleine Entwarnung, da werde ich nicht die Story weiterspielen oder so, sondern es ist einfach nur da, damit ich ein bisschen testen kann. So, den kann ich auch noch hier verkaufen und die überwinden. So, dann können wir jetzt wieder gehen. Hier auch noch. So, alles weg. Dem brauchen wir nichts verkaufen. Hier, dem können wir doch was verkaufen, ne? Der hat aber nicht offen. Schauen wir noch einmal hier. Dem. Vielleicht hat der hier offen. Ne, da müssen wir hier für ein Weilchen läutern. So. Mach schauen, was der hier vielleicht schon hat. Hm, ja, okay. Elven Saber. Elven War Axe. Elven ist aber nicht das, was wir brauchen. So, okay, komm, da können wir alles verkaufen. So, dann müsste das jetzt alles gewesen sein, ne? Wenn wir jetzt hier nochmal schauen. Portion of Chameleon Form. Dann hier rein. Das, den können wir noch verkaufen, aber... Vor allem, was soll ich eigentlich mit diesen ganzen... Portion of Feeling. Portion of Levitation. Resist Shock. QDZ. Okay, eigentlich... Eigentlich, wenn man ehrlich ist, sind die schon gut, was wir da haben. So, dann einmal noch kurz zur Bank. Wo war die denn noch mal? Da war die Banke. Nochmal Geld einzahlen. So, 2581. Und dann sind wir schon fast bei 100.000. Bei 100.000 kriegen wir schon ein Schiff. Nur bisher hat kein Haus. Okay, schade. Okay, schade. Loan, repay. Burrow. Okay, egal. So, dann... So, dann... Guten Tag, der Herr. Warte, müssen wir überhaupt nach Westen? Ja. Bisschen südwestlich sogar. So, wo haben wir die? Irgendeine Wunderschaft wieder? Hier sind jede Werte von dran vorbei, oder? Ne? Da. Jetzt ist die Frage, wo ist denn eigentlich die Diebesgilde hier? Die würde ich auch gerne mal treffen und denen beitreten. Aber ich habe ja gesagt gehabt, das wird heute leider, leider eine etwas kürzere Folge. Dafür machen wir morgen ein kleines bisschen länger. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Tut mir leid, wirklich für die kurze Folge. Aber bis morgen. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. 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 Ich bin's, euer Max Deus.